Hallo liebe Gäste und herzlich willkommen auf MS Deutschland. Schön, dass Sie sich für unsere Kabinen interessieren. Ich bin hier in der Kabine 4025 auf dem Steuermannsdeck der MS Deutschland und Sie können sich gern in unserem 360 Grad Video umschauen. Vielleicht sehen wir uns ja bald. Bis zum nächsten Mal.